Jo Freunde was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In dem heutigen Video spielen wir mal ein, zwei Runden Solo und ja, würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der Runde. So, da sind wir schon in der ersten Runde. Ich weiß nicht, warum ich gerade mein Intro so schnell gemacht habe. Normalerweise wird immer noch ein bisschen gelabert, aber naja. Ich habe direkt Runde gestartet. Okay, ich mache das Connect. So. Ja, da landet schon jemand bei uns. Das heißt, wir landen jetzt mal hier. Ich weiß, ob ich schon verriegte, werde gleich. Aber wir haben einen Sonderpump, sonst gut. Meine Lieblingspump und das ist halt die beste Pump, die es den Fortnite gibt. Meiner Meinung nach, ich müsste noch 200 Schaden machen, dann ist es perfekt. Und ich gucke, wo ich hingehe, um mir zu können. Ich schäme mich mal ganz kurz in den Busch. Ich muss einen Buschcamper machen, ja. Und dann geht es direkt weiter. Ja, jetzt könnten wir theoretisch die Gegner pushen gehen. Das ist alles schön. Ich werde die Materialien abnehmen. Okay, ich werde das Stordom. weil wir die pustole anbauen ja nicht dies gar nicht mal so also neulich wird versucht noch immer mal mit facecam videos machen ich habe ja schon ein mit mitsch und so dann haben wir uns hier noch mal kurz ein paar steine und checkt gerne den youtube system ab dass meine bild zu sparen er macht halt die besten videos wenn ich mich noch mal auf die pustiere auch das weite okay das ist gut ich hab Angst dass ich jetzt sterbe der ist echt gut so gut wie der bin ich leider noch nicht laut ab ja warum die mir ab schade also zwei nichts mit macht es auch mal gibt ja auch ein schmarrer alle haben ganzes goldtippe aus ich würde mich mal interessieren ich weiß nicht nicht da haben wir uns ab in dennoch zu tun ich wollte ich mir den haben an den deutschen gegründet haben aber weil ich gehe jetzt versuchen die noch zu pushen auf und im nächsten video werde ich auch vielleicht So, mein Ende ist halt sehr schlecht, Leute, ich wundere, wenn ich sie auch daneben schieße. So, dann können wir uns noch hier in die Flagge, wie das noch so gut ist. So, dann können wir uns jetzt kommen. Ich finde, ich bin schon nicht direkt. Da kommt darauf an, ob sie gut sind. So, dass wir auch ein paar Punkten zum Start haben. Wenn man mal eben rum, nee, sie kann. So, immer mal eben. Nee, okay. Das wir können nicht so gehen. Ich muss leider hier auch raus. Ja, komm, wir nehmen uns das gar mit. Wenn die Person gut ist. Aber schnell. Auf schneller Basis hier. Den Lootrop. Ah, Rocket Launch. Nee. Nee. Wo, 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 wo. Jo, Bro. Ja, auch noch. Na gut, da kann ich nichts machen, Alter. Ziehen wir uns gleich in der nächsten Runde. und dann sind wir jetzt in der zweiten runde zweiter und wahrscheinlich auch die die letzte runde in dieser runde gehen wir nach folges blitz und ich werde vielleicht mal im nächsten video oder irgendwann in einem anderen video mal über meinen sieben drei accounts also nicht den ich vorgestellt habe es waren uns andere da über manchen drei wenn ich nicht auch noch nachkommen verstellung war nur ich nur gucken an die gerade wie gesagt dieses video wird nicht gecuttet ich habe einfach nur ganz schnell pausiert damit es nicht zu lange dauert ja wenn wir unten direkt ein name soll ich mir gerne es nie lieben würde wenn das war mal hier gekillt und haben jetzt hier genug hier ist doch so wir können uns kurz hier die links oh gott oh gott ich glaube wir werden sterben aber das war mal umsonst nein doch sicher na gut wir gehen noch eine dritte runde rein und wir sehen uns gleich wieder in der runde wenn wir gelandet ja und wir kommen halt gegner mit warum landen denn hier so viele an den tanken auf Ja, okay Äh, ja Sehr geile Leute So Leute, ich würde sagen Das war's mit dem Video Lasst gerne ein Like und ein Abo da Und ja, dann würde ich sagen Sehen wir uns Wir sehen uns im nächsten Video Tschüss